Norddeutscher Rundfunk 2021 Hamsjörg? Ja, Radio. Jetzt kannst du gut kommen. Wie ist das? Hamsjörg, ist das Kaffee gut? Wir sehen uns doch nicht, du bist wieder scharf. Ein bisschen einstellen. Ich habe ihn dann in ein Bild integriert. Ich mache so eine Erbrösche. Ich habe dann einfach so weit negativ davon genommen. Das ist jetzt noch schön. Das hängt jetzt bei uns im Keller ab. Das Problem ist eigentlich immer, immer zu aufstehen. Auch in den Kriegsgebieten. Wenn alle im Bett bleiben würden, dann gäbe es ja keine Konflikte mehr. Das sind Herr und Frau Schneuli. Sie kommen im Fernsehen. Sie sind enorm stolz darauf. In jeder Folge erleben sie etwas Neues.